Von dem einstigen Schweinezuchtkombinat ist heute nur noch ein Modell übrig geblieben. Von den einen als Fehlentscheidung gegeißelt und von den anderen als Glücksumstand gelobt, wurden mit großem finanziellen Aufwand die damaligen Ställe und Anlagen zurückgebaut. Von Anfang an war es Ziel der Eberswalder Kommunalpolitik, auf dem Gelände einen Gewerbepark entstehen zu lassen. Verantwortlich für die Erschließung und Vermarktungsmaßnahmen ist die Eberswalder Wirtschaftsfördergesellschaft. Hier zeigt man sich mit den derzeitigen Ansiedlungsergebnissen überwiegend zufrieden. Generell können wir sagen, dass wir mit der Umstrukturierung des Gewerbegebietes TGE zufrieden sind, wie es hier laufen ist. Natürlich befriedigt uns nicht, wenn wir die Größe des Areals hier sehen, könnten wir noch viel mehr Unternehmen hier ansiedeln und benötigen. Aber wir müssen auch sehen, wir haben hier eine Fläche von 125 Hektarn. An sich ungewöhnlich in dieser Größenordnung als Gewerbepark. Durchschnittlich hat ein Gewerbepark in Deutschland eine Größe von 30 bis 35 Hektarn. Den hätten wir schon voll. Wir haben hier schon 33 Hektar Industrie- und Gewerbefläche verkauft, angesiedelt. Das erste Unternehmen, das sich vor mittlerweile fast zehn Jahren auf dem Technologie- und Gewerbepark angesiedelt hat, war die Torka GmbH. Hier werden für den gesamten deutschen Markt Schulranzen, Federtaschen, Ledertaschen und verwandte Artikel produziert. 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hier beschäftigt. Und in diesem Jahr sollen es sogar noch ein paar mehr werden, denn die Firma will weiter investieren. Auf dem Firmengelände soll ein neues Hochregallager entstehen. Die Bauanträge sind bereits gestellt und im Frühjahr soll gebaut werden. Weitere Investitionen plant auch die frische Dienst GmbH aus Unna. Auch ein türkischer Investor will im Frühjahr mit dem Bau einer neuen Produktionshalle beginnen. Neue Investoren zu finden, das ist und bleibt die Hauptaufgabe der Wirtschaftsfördergesellschaft auch in der Zukunft. Dabei sind die Wege sehr vielfältig. Wir haben Akquise viele Dinge versucht in den letzten Jahren, um Investoren zu werben. Vorwiegend auch auf Messen gewesen. Wir haben auch Mailings verschickt, ganz Deutschland, europaweit. Wenn wir aber sehen von unseren 35 Unternehmen, die wir bisher angesiedelt haben, auf welche unserer Maßnahmen sind denn die Investoren hierher gekommen, müssen wir doch sagen, dass vorwiegend auch durch Mundpropaganda Investoren hierher kommen und durch Fürsprache anderer die meisten Investoren hier zu uns gefunden haben. In jedem Jahr gelingt es so, zwei bis drei Grundstücke an potenzielle Investoren zu verkaufen. Manchmal haben die es dann aber nicht so einfach, ihre Ideen umzusetzen. So auch ein Eberswalder Investor, der schon seit Jahren die Errichtung eines Krematoriums plant. Aber auch er hat nun schlussendlich seine Baugenehmigung erhalten. Und die Baugrube für den Neubau ist bereits zu sehen. Für Dietrich Bester geht indes das Akquirieren neuer Investoren weiter. Wir haben aber auch einen ganzen Teil Unternehmen, 17 an der Zahl, mit denen wir in Verhandlungen sind. Teilweise über einen längeren Zeitraum schon in Verhandlungen sind, aber auch erst seit einigen Monaten. Ich bin bei zwei Unternehmen recht optimistisch, dass uns da in diesem Jahr auch noch etwas gelingen wird in der weiteren Ansiedlung. Wir haben aber auch drei Unternehmen hier im TGE, wo eine Fläche optioniert ist. Wo man sagen kann, also bis 2006 halten wir sie dir frei für Erweiterungsinvestitionen. Drei Viertel des Gewerbeparks stehen noch zur Vermarktung zur Verfügung. Es bedarf auch in der Zukunft guter Ideen, um diese Flächen Investoren schmackhaft zu machen. Denn nur so wird das möglich sein, mit neuen Arbeitsplätzen dauerhaft gegen die ständig steigenden Arbeitslosenzahlen bestehen zu können.